Na nu? Der hat's nicht abgeerntet, oder? Oder macht man's damit kaputt, wenn man was draufbaut? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall erstmal die... Das eine da oben sitzt. Noch mehr Kohle. Nein. Dann wird auch der hier verbessert. Laufen die denn mal hin? Vielleicht dahin, wo es Platz hat, oder so. Ach Gottchen, was ist denn hier los? Achso, der Jäger ist das hier. Der Frontjäger. Oh oh, der Feldjäger. Meine Münze, Schwein. Boah, das war aber knapp. Hier mit dem... Unter... Der Einsatz des eigenen Lebens. Ohne Rücksichterverluste, oder so. Na, läuft doch. So, Stück für Stück. Zum Glück. Mhm. Hier ist jetzt nichts mehr. Gebaut. Was soll das? Ah, sehr schön. Dann... Für den Angriffstrupp ordentlich was zusammenstellen. Ja, wobei... Einzelne Bogenschützen sind auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Oder angreifen mit dem Drop? Hm. Ich glaube, dann werden wir überrannt. Kann das sein? Ich brauche halt einfach mehr Bogenschützen. Ja, spätestens hier. Ich weiß halt nicht, ob die... Ob die gleich einen Gegenschlag... äh, starten, landen, landen, äh, landen, wie auch immer. Oder nicht. Na, wenn da die fliegenden Viecher noch kommen, dann ist sowieso Feierabend. Und... Alle erst, äh, platt klatschen. Das heißt... Vielleicht ausspionieren, wenn nachts nicht viel läuft. Hm. Ja, er würde doch einfach nach rechts... Ne, er wird schon rekrutiert, okay. Und der hat auf jeden Fall immer Vorrang, so wie es aussieht. Die Türme sind alle unbemannt. Was ziemlich schlecht ist. Vier Mann bräuchte ich dafür. Ich habe null. Und hier kommen keine neun. Tja, was machen wir da am dümmsten? Zum Angriff blasen, ne? Wenn wir es schaffen, ist gut. Wenn welche davon draufgehen, ist nicht gut. Aber ich habe dann zumindest... Ja, wobei, ich könnte eigentlich auch am... Ich könnte an seinem Tor vorbeilaufen, wenn es nicht aktiv ist. Aber... Nicht, wenn es sich vermeiden lässt, sage ich mal. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich aktiv ist, das Tor, oder ob ich nur... Ob ich spinne. Ja, das ist natürlich ganz besonders intelligent, jetzt daran zu wurschteln. Na? Das ist sehr aktiv. Das heißt, wenn ich mich jetzt nähern würde... Ich kriege die alle nicht weg, die Bäume, ne? Ne. Das ist halt tiefster Wald. Ja, das ist halt eine Mechanik. Muss man mögen. Oder muss man nicht mögen, aber... Muss man halt mit leben. Oh, sehr schön. Okay, jetzt aber zack, zack. Bisschen schneller als sonst. Bin jung. Der Feind... Wir brauchen auf jeden Fall einen Jäger hier. Da haben wir schon wieder drei Münzen. Einfach mal so. So, die machen hier, was sie sollen. Das ist okay. Jetzt wieder was abgeerntet. Ich schaue mal bei den... ...chillenden Bauern vorbei. Alles gut. So, jetzt hier neue Münzen für mich. Oh, feind. Sehr schön. Oh, nicht zu weit. Gehen wir noch ein bisschen ins Kreuz. Und dann ist gut. So ist gut. Tja. Mehr können wir nicht machen. Sehr zäher anfangen. Münzen? Nein. Leider sehr zäher. Ach komm, wir versuchen es jetzt mal, oder? Wir schicken die... ...nicht in den Tod. Wobei natürlich... Komm, wir schicken die vor, oder? Können wir die überhaupt vorschicken, weil wir keine... Ach, das geht ja gar nicht. Fällt mir da gerade mal so auf. Weil... ...ich sie nicht von der Burg aus losschicken kann. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall hier noch einen vorgeschobenen... ...und dann sind die Häschen weg. Aber ist egal. Wir müssen... Wir dürfen nicht immer an Häschen denken. Wir müssen doch mal... ...hier zum Beispiel. So. Komm. Halt! Achso. Ich dachte, das sei die Teufelsmusik. So, viel Glück, Männer. Ihr schafft das schon. Wir glauben alle an euch. Ganz... Ganz doll glauben wir an euch. Ähm. Vogenschützen. Ja, wir brauchen nur Männchen. Zwei Bögen hängen noch da. Ach, jetzt haben sie die Münze mitgenommen. Naja, das sind Glücksmünze... ...von mir aus. Hoffentlich haben sie Erfolg. Hoffentlich haben sie Erfolg. So. Minimum... ...bitte mal diese... ...mittleren Wände. Das, was wird. Aber wenn sie einen Löffel abgeben, haben wir zumindest... Wahrscheinlich können wir die... Ah, die, dann fliegen sie durch, ne? Wenn sie dann wirklich einen Gegenschlag starten. Oder ist das nur beim King denn beim Ersten gewesen? Ich weiß es nicht. Ich reite mal vorsichtig in die Richtung. Irgendwer wird uns jetzt entgegenkommen. Freund oder Feind? Ich hoffe, Freund. Hier, da stehen sie. Okay, der Chef ist tot. Ja, bewegt euch doch mal, ihr Schwachköpfe. Ah, so unterwegs. Noch ein bisschen Reiseproviant. Okay, das war nicht gut, aber... ...auch nicht schlecht. Jetzt haben wir jede Menge Bogenschützen. Das heißt, jetzt könnten wir... ...a, einen neuen Angriff wagen. Indem wir uns einfach die... ...indem wir uns einen neuen... ...ja, Schwertkämpfer machen. Oder... Alternative. Wir könnten die Türme ausbauen. Dann haben wir dicke, fette Türme. Das ist doch irgendwie so ein Jäger. Kommt der aus Breithall, oder? Naja. Boah. Was ist mit dem los? Hört mal so wie Kohle, der Junge. Okay, ähm... ...jetzt sie zu verbessern, wäre eine dumme Idee, ne? So des Nächten. Andererseits. Naja, sind sie ja alle bemannt. Das ist ja auch nicht schlecht. Oder erst mal die Türme aufbauen. Und dann Angriff. Ah. So macht es wahrscheinlich ein normaler Mensch, oder? Feind. Bam. Das mag ich mal, wenn sie genau ins Gesicht bekommen. Zack, zack. Rums. Perfekt geschossen. Sehr gute Arbeit, Männers. Ähm... Ja. Wir sitzen hier oben eigentlich die Kollegen. Ich könnte den nicht losschicken, so. Das... ...funktioniert nicht. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Was macht man da... Was macht man da am sinnlosesten? Ich muss aber angreifen. Der Feind... ...muss bekämpft werden. Achso. Ähm... ...ist nicht alles zurückgekehrt, ne? Nein! Das heißt, hier läuft irgendwo noch ein Verwirrter rum. Schätze ich? Hoffe ich? Oder... Tor ist jetzt nicht aktiv. Soll ich mal gucken? Ne, da noch Spänen. Vielleicht ist Gold dahinter. Genau, hier geht es nämlich dann wieder richtig rund. Können wir schöne Bollwerke hochziehen. Eine Goldkiste. Oh oh. Nächstes Tor. Oh oh. Idee. Dann, wenn es wirklich zwei sind... Eigentlich sollte man damit zwei... Weil arg viel weiter komme ich so ja nicht. Ah wohl. Zumindest... Bleibt schön aus. So ist gut. Kann ich dann jede... Kann ich jede Menge dann aufbauen. Sobald das erstmal weg ist. Weil hinter dem Tor ja glaube ich eine Lichtung war. Und da kann ich dann wieder... ...etwas tun. So schnell wie möglich zum Camp. Genau. Denn... Und zack. So überhütet... Überhütet... Ne, überschüttet mich mit Gold. Und hier wählen... Ah ja. Sehr schön. Äh... Drei Mann haben wir. Das reicht. Ich meine, wenn ich zwei hinschicke, dann... ...hab ich zumindest... Ja... Was haben wir jetzt? Drei Mann. Soll ich dann... Soll ich dann noch einen machen? Oder lieber einen ordentlichen Trop. Ist ein ordentlicher Trop besser als... ...zwei nicht ordentliche? Ich weiß es nicht. Hm. Und wenn ich das hier verbessere, dann... ...meckert auch wieder irgendjemand, oder? Oh, ich hab... Moment, ich hab ein bisschen viel Kohle. Kann das sein? Ähm... Ja, das kann sein. So, dann gehen wir mal zu den... ...fleißigen Bauern. Die werden sie jetzt wahrscheinlich nur mit Gold überschütten. Wenn nicht, hab ich ein... Naja, ich hab Fragen. Sag ich mal. Oh nein. Och nö. Nicht die Teufelsmusik. Muss das denn immer sein? So. Aber hoffentlich ist die Musik einfach nur so... Ist das wirklich die... Ah, ne, die Musik soll nur Angst machen, ne? Ja, ne, ist klar, Chef. Ich kann es doch gar nicht immer alles tragen. Ja, nehm mal schön die Kohle mit. Okay, 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 okay. Ich kann da nichts damit machen. Das ist, äh, nicht so gut. Oh, oh. Klingt auch nicht so gut. Greifst du von hier an oder von der anderen Seite? Von hier. Oder wieder von beiden Seiten. Das ist natürlich auch möglich. Sehr schön. Die Scharfschützen nach oben, bitte mal. Ja, der Schuss. Kannst du dir die Haare schmieren. Macht euch mal nützlich. Bäm. Schon besser. Und von hinten. Die eigentlich gar nicht von ihnen gedacht war. Das finde ich auch immer nett. So, was machen wir jetzt? Eine dickere Wand, ne? Weil die muss eine ganze Weile halten. So, die hält's hoffentlich. Ähm. Machen wir zum ersten Mal einen richtig dicken Turm hier. Das Geld ist ja eh da. Von daher. Komm, das muss... Auch wenn's ein bisschen verschwendet ist, ist jetzt relativ wurscht. Aber ist ganz wichtig, dass die hier geschützt werden. Wenn mir der Bauernstand wegbricht... Wissen wir, was dann passiert, ne? Dann wird gehungert. Ähm. Genau, die schließen sich jetzt, glaube ich, denen an, oder? Angriff? Ja, komm. Versuchen wir's einfach. Ihr könnt natürlich auch mitgehen. Ihr könnt dafür sorgen, dass der Angriff auch gelingt. Indem ich einfach ein paar Münzen davor schmeiße. Und dann schnappen die sich, wie gesagt, die Münzen. Komm, du kriegst auch nochmal zwei Münzen. Dann hältst du auch eine Weile durch. Ich hoffe wirklich, dass da nichts kommt. Von wegen, ähm... Ja. Tor kaputt. Ähm. Jetzt kommt die Revanche. So, jetzt versuchen wir das mal. Ah, genau. Da läuft nämlich ein paar Meter extra. Okay. Wollen wir doch mal schauen. Ich könnte mich natürlich auch als König dazwischen stellen, aber ich glaube, es ist sinniger, wenn sie auf dem Boden liegen. Andererseits, wenn es mich anspringt, können die anderen drauf rotzen. Ach, ist noch nicht mal an. Okay. So. Ich bleib mal hier bei euch. Und, ähm... Moralischer Weihstand und so. So, wir sagen, die nächsten muss dann mal selber kassieren, oder? Oh, sehr schön. Dann bleibt da einfach liegen. Also, jetzt bitte, bitte kein krasser Gegenangriff mit Fliegenden und Hunderten von Gegners und so. Verdammt. Einfach nur weg. Das... Mehr will ich gar nicht. So, jetzt mal ein Angriff. Komm, das überlebt ihr schon. Sehr gut. Und? Daumen drücken. Jetzt geht nicht kaputt um das Ding. Vielleicht hätte ich das doch nicht mal aufbessern sollen ganz im Osten. Weil ich so viel Kohle dabei hatte. Mach das Ding weg. Jetzt geht noch einmal und dann ist ja Feierabend. Komm, zack. Oh, oh. Sehr schön. Vor allem ist es doch gleich Nacht. Hallo? Okay, jetzt aber zack, zack. Oh, sehr schön. Die haben überlebt. Das ist nicht schlecht. So, ich glaube, die knallen jetzt vielleicht sogar den Hirsch ab. Jetzt ist aber alles so düster und das wirkt irgendwie bedrohlich. Ich weiß auch nicht. Oh, oh. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Heißt das die nächste... Komm. Sehr schön. Heißt das die nächste... Dings ist angegangen? Das nächste Portal? Oder... Wie genau? Hm, ich weiß es nicht. Eigentlich sollte ich jetzt mal ein Arbeiterchen machen, oder? Die warten ja schon. Ich gehe denen mal entgegen. Hoffentlich greift mich jetzt nichts an. Das wäre nämlich ziemlich schlecht. Ich gehe gegen die Zeit. Oh Mann, da sind wir schon. Gleich ist aber Tag. Von daher... Na komm. Der Mond geht doch schon unter. Na? Hoffentlich ist das kein Angriff. Sag mal. Geht's dir zu gut, Junge? Ach, die kommen trotzdem. Ach, das sind die Viecher, die... Ah, das ist das... Der Gegenangriff. Okay. Schlecht. Hoffentlich keine Dicken. Macht sie doch alle los. Stellt euch doch nicht so an. So ist fein. Jetzt wird's gleich hell, oder? Soweit der getroffen wird. Jetzt. Hoffentlich keine Dicken. Hoffentlich kein Dicken. Gut. Dann jetzt ganz schnell durch den Wald geritten. Und auf der Rückseite angefangen mit den Rodungsarbeiten. Das kann eine Weile dauern, weil die jetzt leider, leider so ein bisschen beschäftigt sind mit der... Mit der dümmlichen... Was auch immer. Mit der Wand, die gerade so ein bisschen angeknabbert wurde. Na, viel Geld hab ich nicht, sonst würde ich hier direkt was aufbauen. Hm. Wenn man das macht, stellen sie sich alle hier auf, ne? Das wär gar nicht so verkehrt. Dauert halt ewig, aber das ist eine Sache für ganz früh morgens. Hier kann ich nur nicht mal irgendwas bauen, okay. Ja, die sind leider noch... Achso, ich dachte, die wären zu Tisch oder so. Eine Uhr wär gar nicht mal so schlecht, aber gut. Ähm. Ist schon wieder Nacht, kann das sein? Wird ja jeder einbauen, dass wir wieder zurück können. Ich werd's noch nicht drauf anlegen. Ja, ist mir schon wieder... Gut, hier kann ich noch nicht, okay. Aber jetzt sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, ein Tor ist weg. Ein bisschen beeilen muss man sich halt auch, und man kann nicht einfach nur ewig ausharren, sich eingraben. Ja, so ein bisschen... Voran müssen wir halt schon... Geld. Nein, okay. Dann geh ich mal bei den Kollegen vorbeischauen. Ja, ähm. Ihr könnt tatsächlich mal... Bögen mitnehmen. Ja, das hier würde ich auf jeden Fall auch noch mal gerne verbessert wissen. Oh, morgen gibt's hier richtig Kohle. Das war erst der Anfang. Aha, da fehlt's schon wieder an Soldaten, aber... Gut, hier haben wir dicke... Nein, die nehm ich mit. So, drei Mann schießen von oben. Schießen die schneller? Nee, ne? So, Katapult und... Feuer. Bäm! Schön in die Kniekehlen... Äh, Fersen... Nee, Knie, äh... Knie, äh... Punkt. Ja, aber die werden schon krasser, die Vieches. Das ist gar nicht mehr so nett. Okay. Das geht ja noch alles gar nicht mehr so schlimm. Hat ja gar nicht wehgetan. Hier müssen auf jeden Fall noch Leute rein. Und hier dann irgendwann auch, ne? Ja, aber ich würde gerne nach Osten. Ja, ich bin schon wieder zu spät dran. Immer zu spät dran. Immer das Gleiche. Aha, jetzt ist es auch ein bisschen weiter vorgerückt. Nicht gut. Können wir zu mir? Nee. Sieht so kaputt aus, Junge. Sag mal, wieso sind denn hier Leute? Von wo hab ich... Was? Ich hab die auch... Ich hab die auch gar nicht zum, äh... Zum Angriff... Egal. So. 1, 2, 3, 4. Würde ich sagen hier... Sollen wir hier gleich ein Bollwerk aufbauen? Oder nicht? Oder lieber noch einen Tag abwarten? Fragen über Fragen. Weil das ist wirklich eine Sache, da saugt man wirklich ganz früh morgens ran, oder? Zumindest ein bisschen. Wann ist das nächste? Ja, Bogenschützen zu verbessern ist auch nicht so schlecht. Komm, machen wir eine Fuhre. Oder? Ähm... Ach komm, wenn ich mal hier bin, dann... Ja. Da können wir eigentlich auch hier... Zumindest mal... Ja, so ein... So ein Zweiertürmchen können wir hier mal aufbauen. Sehr gut. Ah, dahinter direkt ein Wall. Das ist auch nicht schlecht. Also ich sehe... Noch ist Hoffnung. So, einer... Einer links, einer rechts bitte. Ein Auge links, ein Auge rechts. Nein. Okay. Jetzt brauchen wir halt, ähm... Ordentlich Bogenschützen dafür, aber... Hm. Zumindest mal... Die nächste Stufe erreichen. Hier eigentlich auch. Oder? Wieso kann ich das jetzt... What? Gut, dann... Achso, ich weiß noch, wie fertig ich ist. Ja... Okay, okay. Das ist tatsächlich ein Argument. Kann man gelten lassen. So, hier... Hm... Könnte man... So, mit zwei Mann kriegt ihr das hin, oder? So, und jetzt schnell nach Hause. Aber ganz schnell. Man könnte sie vielleicht so ein bisschen opfern. Ne, aber die... Lieber schnell in die Heimat. Und hier müsste sich eigentlich ja das Grünzeug ausbreiten. Aber ob es das tut, weiß ich nicht. Vielleicht hat man hier wirklich nochmal kurz Hand anlegen sollen. Oh! So, wir zum Thema. Aber er rennt auch nicht zum nächsten Turm, oder so. Ne, ne. Da wäre ja wieder KI gefragt. Und die ist ja eher... Hm, nicht ganz so gut. Tja, du musst leider mal einen Moment warten. Verdammt. Jetzt rennt er... Die rennten ich allen Ernst nach vorne. Jetzt, wo die Viecher kommen. Nachts um was weiß ich wie viel Uhr. Ja, jetzt sind sie da. Naja. Drei Münzen. Und... Unser Säckerl... Oh, das war nicht gut. Jetzt werde ich mal treffen. Zur Abwechslung. Bam! So ist fein. Okay. Da machen wir gar nicht lang rum. Stemmer zwar noch nicht mal wirklich, aber wir rennen trotzdem schon mal vor. Genau. So. Dann wollen wir mal... Und zwar verlagern wir jetzt alles mal hier nach vorne. Am besten... Direkt vorne, ne. Und auch wenn es Kinder... Eine Kindermauer als zweites ist, das ist relativ wurscht. Hauptsache hier vorne kommen die Leute jetzt mal ran. Und fangen mal an was aufzubauen. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Kann man das wegmachen? Äh... Ja. Eigentlich schon. Ach, da sind... Ah, okay. Die Farmen. Ja, ja. Musst die auch mal wieder vorbeischauen. Eigentlich. Aber jetzt werde ich erstmal hier... Das ganze Futter rankarren. Oder so, dass ich schnell wieder zurück kann. Das wäre auch nicht schlecht. Lohnen wird sich's. Kann ich den Tag besser nutzen. Carpe Diem. So, das Grünzeug... Achso, die sind beschäftigt mit der dümmlichen Wand. Und jetzt... Wird vorne nicht aufgebaut. Sehe ich das richtig? Naja, der Trupp zumindest... Geht schon mal in Position. Ja, macht mal hin. Ja, jetzt... Hab nicht den ganzen Tag. So, und ihr werdet... Ähm... Ja, was... Oh, oh. Wie sind hier so viele Leute? Ist hier links durchgebrochen? Was sagt's? Nö. Wie sind hier so viele Leute? Hm. Ja, wir brauchen jetzt jeden Mann. Ich hoffe mal, ich hab genügend... Okay, jetzt haben wir mal... Zack, zack. Weil wir müssen jetzt, glaube ich... Sehr weit nach Osten laufen... Und schnell noch was aufbauen. Und die haben hoffentlich schon ordentlich... Naja, irgendwas Sinnvolles gemacht. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Genau, den Trupp haben wir auch noch. Das ist auch nicht schlecht. Ja, kannst Pause machen, wenn du tot bist. So, ich hoffe mal, dass... Rechts auch schon was aufgebaut ist. Ja... Wenn der andere Kollege auch mal mitmachen würde... Wäre das echt ein Traum. Ach, nicht doch. Ach, das ist doch... Ich könnte schon wieder aus der Haut fahren bei sowas, ey. Ja, hau's ja alle weg. Das wird nix, oder? Nein! Schnell weg da. Aha, Grafik-Spacks. Ah, das war nicht so gut. Tja. Das ist halt wieder die Timing-Frage, ne? Eigentlich... Hört man gerade so ein bisschen die... Die Grillen zirpen. Das ist relativ human. Ach so, ich hab's ja alle nach Westen geschickt. Das war eigentlich... Äh, nach Osten mein ich. Eigentlich nicht, aber okay. Und sonst hält die Mauer. Also brauchen wir wieder neue Bauarbeiter. Okay. Wir kriegen das hin. Mann, 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 Mann. So, äh, hab ich mir das eigentlich nicht gedacht. So, vielleicht mal drei Mann. Ne, vier Mann. Zwei links, zwei rechts, oder so. Katapult ist wahrscheinlich auch... Ne, Katapult... Könnte noch stehen. Ich weiß es nicht. Ja, nach links. Ungehorsam. Ja, das gefällt mir nicht. So, der junge Morgen ist angebrochen. Das ist genau das richtige Wort. Wie? Ach, komm schon, du Depp. Komm so an. Okay. Wieso lebt denn der noch? What? Ach, die haben... Haben die Fall zurückgeschlagen. Oder wie? Ach so. Aha. So, ah, Katapult ist da. Jetzt wird hier gebaut. Ja, hervorragend. Na, immerhin etwas, würde ich mal sagen. Nicht, nicht, nicht. Komm. Kommen wir hier direkt weiter. Also hatten wir wahrscheinlich genügend... Ja, Münzen sind wahrscheinlich fallen gelassen worden. Auf den Kollegen. Oder auf die anderen. Okay. Mhm. So, hier bitte auch noch. Und zwar eine Steinmauer. Steinmauer. So, eine haben wir. Mhm, mhm, mhm. Es sollte eigentlich wieder so eine richtig dicke Fette machen, weil die kann sie nicht durchbrechen. Und ich habe das Material da. Von daher... Und jetzt mal eine Steinmauer. Eine richtig gut ist aber, glaube ich, besser, ne? Ach komm, Stein und Stein reicht. Hier sind dann erstmal zwei Mann. Jetzt will ich mal sehen. Ja? Heute noch, oder? Das dauert immer ein bisschen, okay. Aber... Ach, so eine ist das. Hm, na gut. Eigentlich wollte ich hier noch ein bisschen was wegmachen, aber ich glaube, das lasse ich mal. Dafür... Eine Mark investiert. Hm. Mal gucken. So. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt bin ich gespannt. Überleben wir diesen Angriff oder nicht? Ich meine, wir haben noch eine zweite... Ja, hm. Ist alles nicht so toll, aber wenn es reicht... Danke. Und da kommen sie. Der Feind. Wir haben den hier... Wie viele Bogenschützen? Vier, fünf Mann. Bam. So ist es mal fein. Immer schön direkt wegrotzen. Die Kollegen. Halten halt mit ihren Masken ein bisschen mehr aus. Zwei oder drei oder sowas. Perspektive. Ne, das war nicht so gut. Aber jetzt können wir... Genau deswegen mag ich das halt, wenn... wenn die Mauer hinter dem Turm ist. Und dann ballern die einfach mal schön aus der... aus der zweiten Reihe da rein. Okay, das kann weg. Ist mir jetzt, glaube ich, äh... Kommt direkt... Ja, da kommt direkt das Tor. Frage. Angreifen? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Eigentlich... Eigentlich schon, ne? Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob danach... nicht doch noch mehr kommt. Wir müssen es versuchen. Soll ich wieder mitkommen? Händchen halten.